Herzlich Willkommen auf Latex Mamas YouTube Kanal. Vielen herzlichen Dank an all meine neuen Follower. Es ist wieder eine Vielzahl dazu gekommen. Und auch ganz recht herzlichen Dank an all jene, die mir jetzt doch schon über einen Monat auf Onlyfans folgen. Vielen, vielen Dank. Ihr wisst, es gibt mich ja jetzt seit ca. 6 Wochen auch auf Onlyfans. Ich präsentiere euch dort Videos, Fotos, wie es mir auf YouTube nicht möglich ist. Aber auf Onlyfans wird ja nichts zensuriert, Gott sei Dank. Und ich präsentiere mich, teilweise mit Toys, teilweise alleine. Und immer in Outfits von Rabarixchen Brunner Straße Wien. Wie auch dieses hier, diese traumhaft schönen nach Maas angefertigten Overnees. Und den wunderbaren, sommerlich gelben Body. Und den dazu angefertigten, nach Maas angefertigten langen Handschuh. Alles von Rabarix. Wer mehr von mir sehen möchte und meinem Onlyfans Kanal noch nicht folgt, bitte folgt mir, sendet mir Nachrichten, schickt mir einen Daumen nach oben. Und vor allem, wenn ihr mich inspirieren wollt und mir Vorschläge erteilen möchtet, wie das eine oder andere Video in Hinkunft auszusehen hat, das ich für euch auf Onlyfans stellen soll, würde ich mich sehr, sehr freuen. Freue mich über jede Inspiration. Danke vielmals für alles. Bis ganz bald. Und hoffentlich folgt ihr mir auch auf Onlyfans. Eure Latexmänner. Ciao, ciao.